Hallo, mein Name ist Georgius Afzis. Ich bin 16 Jahre alt. Ich spiele im zentralen offensiven Mittelfeld. Meine bisherigen Vereine waren der 1. FC Eislingen, der VfB Stuttgart, der 1. FC Heidenheim und jetzt der FC Esslingen. Mein Vorbild ist Lionel Messi. Ich spiele immer gern mit Liverpool. Meine persönlichen Ziele sind es, meine Stärken und Schwächen immer weiter zu verbessern und immer meine bestmögliche Leistung abzurufen. Unsere Ziele sind es, die Klasse zu halten.